Naja, das ist auf der Fall schon Für die ganze Zeit ja noch mehr Digga, deiner ist so low Gott, Digga Hier waren ja voll viele, können das? Let's fucking go Ich hab nur 5 Snapper schätzen, ja Boah, Digga, wie viel hast du geratzt? Nur einen, aber jede Menge angeschaffen Ich brauch gleich Snipermonie, Digga Ja, ich hab natürlich schon nie, wenn du dich hier hast Ne, leider nicht Wo bist du? Ich hab 130 AR und 5 Sniper Schiss Und 5 Sniper Schiss Und fit? Oh, 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 oh Das verklappt ja gerade Kannst du bitte nicht sprechen während dem Blitz? Hast du Minis war die Frage? Nein Nein Da kann man gucken, ob wir noch irgendwo Liefen können, ne? Wir sehen oder irgendwo? Wir sehen Wir sehen uns Wir sehen uns woher Ne? In den ok das abgehauen vom taschenriff kommen die sohn die wir können unser jumper gleich noch mal benutzen der ist vom taschenriff abgehauen ich habe ein lagerfeuer noch da ist ein gegner waren unsere alten schuss ging auf mich aus südwesten 230 zwei leute wir haben auch nicht genutzt wir sind jetzt auf unserem jetzt kommt schon die hauen ab alles was risky hey dicker du blockst mich oh mein gott d d d d d d d ich kann mich dann absolut nicht einmischen und ich will mein Leben haben Digga, ich komme runter gerade, glatt unten Schaffst du das, dass du nicht wirklich killst? Ja, das sieht mich keiner Okay, ich komme Und die Falt noch Also, wir haben eine geschickte Situation hinzu Ich hab den dann mal gemerkt Ich hab den dann mal gemerkt Komm, Digga, wir ziehen uns das Vater Äh, wo ist nochmal Egal Komm mit Was hast du vor? Oh mein Gott Der war nicht wahr Ich hab E6 davon, also Ich matkit mich kurz Matkit ich auch Dann hol ich mir noch Oh, shit, jetzt Oh, nein Und wir sind immer was kürzer Dann haben wir hier noch ein paar Ja, du hattest mich aber gerade geblockt, oder? Er ist hier oben Er ist hier oben Das hab ich gemerkt Mit Ruhe, ne? Oh nein Oh nein Die kommt ein Drops von uns runter Oh nein Oh nein Oh nein Da oben wurde gescheitert Ich mach mal keiner Ich mach's von, Digga Ja, den Scheiß muss ich mit Zähler beides nehmen wollen es gab nimm du dir die ich habe das gab dann so laut die zonen die zonen mhm komm wohin die zonen hast du deine goldene skar vielleicht liegen lassen nein dann habe ich jetzt auch eine goldene ich hab nun kein live ja geht mir ehrlich die sind alle oben hinten unten ist einer unter dem baum hinterm See der hat uns auch gesehen wer ist da mit? weiß ich halt echt nicht kann sein dass der easy noch hier oben ist ne nein hast du einen jumppad? ne ne nur da ist hier oben wo ich bin weiß ok dann lass das nutzen und die typen angreifen sind noch zwei übrig also noch zwei warte 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 oh mein Gott ich hab einen aus der luft gefilmt ich hab einen aus der luft gefilmt bist du das? bist du das? ja ja das war ich besonders heute wo ist der andere? ja mal an mein digger ups kommt das ist ja ich hab noch das ist ne nein ich bin absoluter andschutz fändler komm mit ja du hast auch jetzt das das ist du wo markt immer noch mal wo markt immer noch ein stimmeln welchen gewiss man weiß es hat echt jetzt bei mir oben also hier irgendwo in der festung auf jeden fall naja da ist ja irgendwer drinnen schießt er auf das weißt du wach das ganze ding ab ja 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 Der hat die Zaun, oder? Wo ist der? LOL In den Sturm LOL 2-2-2-2-2-2 Cool Oh, dude, oldie, man